Susanne Müller ist zurück in Leipzig, zumindest für ein Spiel. Mit ihrem neuen Verein und Champions-League-Göhr gastierte die wurfgewaltige Rückraumspielerin am Donnerstag zum Testspiel in der Arena. Der HC Leipzig zeigte gegen das Weltklasse-Team aus Ungarn eine couragierte Leistung und setzte sich mit 26 zu 23 durch. Natürlich hätten wir gerne gewonnen, aber ich denke, die Umstände haben es einfach heute nicht hergegeben. Er hat super gespielt, war super motiviert und wir konnten einfach unsere Leistung nicht abrufen. Leipzig war von Beginn an motivierter und ging durch zwei Treffer von Spielmacherin Maura Wisser auch prompt in Führung. Die vielen Verletzungen zwangen Trainer Norman Rentsch zur einigen Umstellung, doch die meisterte Leipzig mit Bravour. Ein Riesenkompliment an die Mannschaft, die diese Notlage umgemünzt hat, auch in eine andere taktische Variante, die wir vorne mit zwei Kreislaufen gespielt haben, das war gut gewesen. Luisa Schulze schaltete sich immer wieder mit dem Rückraum ein und Leipzig blieb lange in Front. Beim Stand von 10 zu 9 in der 25. Minute ging Kür erstmals in Führung. Man schaut, welche Spielerinnen wir heute auf der Platte hatten. Karolina hat sich heute Morgen im Abschlusstraining noch verletzt. Wir hatten zwei Rückraumspieler heute hier im Kader und denke ich, es ist schon eine sehr beachtliche Leistung von uns. Der tolle Auftritt war geprägt von einer überragenden Katja Schülke. Sie hielt, als wäre sie aus dem Leipziger Tor nie weg gewesen. Drei sieben Meter und unzählige hundertprozentige Chancen der Ungarinnen vereitelte die HTL-Torhüterin. Sie hat es sehr, sehr gut gehalten und hat uns sicherlich da auch den entsprechenden Rückhalt gegeben. Das ist wichtig, aber die anderen Spielerinnen haben es halt auch toll gemacht. Vor allen Dingen halt auf abwehrfremden Positionen, wo sie noch nicht so viele Anteile gehabt haben. Das hat halt Maurer und Schmuck gut gemacht. Und da kann man halt auch alle anderen halt loben. Auch in der zweiten Halbzeit ließ sich Leipzig vom Staraufgebot des Gegners nicht beeindrucken und behielt Oberwasser. Nur einmal war Gjörnow vorn, dann dominierte wieder der HTL und gewann den letzten Test vorm Saisonstart. Wir sind halt stolz auf die Mannschaft, bleiben aber trotzdem auf dem Boden. Weil ich denke, bis Buxtehude sind es noch zehn Tage Zeit und da haben wir uns noch ein bisschen vorzubereiten. Das erste Heimspiel der Saison bestreitet der HTL am 14. September gegen Frischauf Göppingen.